Hallo zusammen, heute habe ich wieder mal Geburtstag, kommt alle Jahre mal vor und heute habe ich ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Hier ist eine Blechkiste, hat ein bisschen Rost, aber das Ding ist ja schon paar Jahre älter als ich. Hier steht auch was das Teil ist. MG ist ein Maschinengewehr. Und man sieht hier diesen Abfüllautomaten. Man legt hier oben die Patronen rein. Wir haben auch eine Nummer dazu. Wenn mir einer mehr sagen kann, gerne Auskunft. Und hier legt man die Gurten rein und dann laufen die Gurten hier so durch und werden bespickt mit Patronen. Wenn man Gurten abspitzt, kann man das entweder von Hand, habe ich schon mal längere Zeit mal gemacht, oder wir gehen hier über den Automaten, dass es wesentlich schneller geht, weil das Entspitzen geht auch in die Richtung. Ja, ich danke für das Geburtstagsgeschenk an alle, die beteiligt waren. Und wo das Ding hinkommt, das könnt ihr euch vorstellen. Ich mache euch hier ein Video oder habe ein Video gemacht über das kleine Häuschen in Steinem Rhein.